Ich geh mal kurz aus dem Kühlschrank ein Bier holen. Jetzt halten wir das Wasser, zu kochen beginnt. Bringst du mir eins weh? Kaiser, passt perfekt zum Bouillon. Herrlich, ich hol noch ein Bier aus dem Kühlschrank. Ah, ich hab dich. So, wir machen eigentlich im Chefkorps noch eine Dose Bier auf. Das wollte ich schon immer mal wissen. Kaputt. So was kann passieren. Wenn du nicht genug Übung drin hast, und hier praktisch einen Stiel. Sag jetzt das Ding auf. So, wie schmeckt eigentlich so ein Kaiser? Zum Wohle. Zum Wohle. Ah! Ich hab dir einen Kaiser gesehen in der Ruhe. Dein Gesicht kommt nicht so glaubwürdig. So ein frisches Kaiser gegen vier. So ein frisches Kaiser gegen vier. Ja, Pilz. Es ist nur eines Kaisers würdig. Oder eines Sedricks. Ich muss doch trinken und zischen. 40 Schlüssel. Da ist so viel drin, dass man mit zwei Hinten angreifen muss. Eines Geistes wirklich schädlich. Das ist das Schäufe. Ich kann nicht schädlich. Ich kann nicht schädlich. Untertitelung des ZDF, 2020